Musik Hallo zusammen, Kai Matthias hier für die Industrie Arena für Voice of CNC. Wir befinden uns auf der AMB und hinter uns ist auch der Stand von Immuge Franken. Rechts neben mir Jörg Teichgräber als Marketingleiter für Immuge Franken und wir wollen gerne über Innovation sprechen, Herr Teichgräber, nämlich das Fokusthema Highspeed im Bereich Bohren, Fräsen und Gewinden und würde direkt die Frage an Sie richten, warum ist das die Innovation oder das Highlight auf dieser Messe für Immuge Franken? Wir haben dieses Jahr auf der AMB das Thema Highspeed in den Fokus gerückt, um unseren Kunden Lösungsmöglichkeiten zu zeigen, wie sie ihre Produktivität wesentlich erhöhen können, wie sie ihre Bearbeitungszeit spürbar reduzieren können. Und dafür zeigen wir Produktlösungen aus allen Bereichen unserer Zerspannungswerkzeuge. Und wir stehen ja sogar vor ein paar Exponaten und dann wollen wir doch mal die drei Themen im Bezug auf Highspeed ein wenig beleuchten. Wenn wir mal über das Bohren sprechen, was haben Sie uns da für die AMB mitgebracht? Wir rücken hier unseren Hochvorschubbohrer Punchdrill nochmal in den Fokus. Dieser ermöglicht in Aluminium-Gusswerkstoffen spürbare Zeiteinsparungen bis zu 50%. Also auch hier unglaublicher Produktivitätsgewinn. Wenn wir über das Fräsen sprechen, was können wir darüber herausfinden? Beim Fräsen zeigen wir jetzt mal die Möglichkeiten auch für unseren Fräser Seracat. Das ist ein Fräser für Schruppbearbeitung, speziell für hochwarmfeste Werkstoffe, der auch spürbare Zeitvorteile verschafft im Vergleich zu Hartmetallwerkzeugen. Und dann wäre zu guter Letzt das Thema Gewinden im Bereich Highspeed. Auch da würde ich die Frage nochmal an Sie richten. Was haben Sie da an Neuheiten mitgebracht? Auch für das Gewinden haben wir eine tolle Lösung. Wir stellen hier unsere Spannzangenaufnahme Speed Synchro in den Fokus. Und diese erhöht die Spindeldrehzahl einer Werkzeugmaschine um das 4,4-fache. Und dadurch ermöglicht sie optimale Schnittgeschwindigkeiten mit den Gewindewerkzeugen. Ja, schon mal vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Und vor allem auch das Thema Spanntechnik ist hier nochmal groß geschrieben. Das würden wir uns nämlich gleich drüben auch nochmal ansehen. Wir haben bereits über das Fokusthema Highspeed gesprochen. Und wollen das auch in Bezug auf Spannlösungen hier bei Imbuge Franken mal besprechen. Vor allem versprechen die Spannlösungen bei Imbuge Franken Stabilität und Effizienz und Produktivitätsgewinn. Und da möchten wir doch die Frage direkt mal an Lisa Wendler, die neben mir steht, richten und fragen, warum sind Spannlösungen ein weiteres Fokusthema und was machen Spannlösungen bei Imbuge Franken so besonders? Sehr gerne. Also die Spanntechnik eigentlich bekannt für Sonderspanntechnik seit 50 Jahren. Und wir sind jetzt mit dabei mit unserem ersten Standardprodukt, den Zentrispanner, passend dazu das Evopoint als Nullpunktspannsystem und dann noch die passenden Erhöhungen dazu. Wir sind super flexibel mit dem ganzen Programm, sparen dadurch viele Wechsel ein. Wir können mit dem neuen Evopoint-System bis zu 80% Rüstzeit einsparen. Wir haben höchste Spannkraft bei unseren Zentrispannern und da sind wir wirklich jetzt top aufgestellt. Sehr, sehr schön. Also auch hier, Innovation wird hier groß geschrieben, vor allem wenn es um Produktivitätsgewinn geht. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Und ja, wir sprechen weiterhin über Innovation und das war's von uns. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank.